Ich kann nur noch aufnehmen Aaaaah, ich kann ja viel Aaaaah, Junge Kack mal Aaaaah Wir sind hier mal gefahren, wo wir weggehen Läuft, Alter Aaaaah Aaaaah Aaaaaah Hehehe We're in there Hehehe Hehehe Nice Nice Naja, hier, Belästigung, Beleidigung, alles raus Ah, wollte ich auch was machen Sind wir die Besten, alle, Internet-Rambos Ja, gut, dann gewöhne ich mir jetzt ab jetzt an, dass ich, bevor ich eineinhalb Stunden spiele, so nach fünf Minuten mal gucke, ob alles läuft, alle Ja, man, Junge Aber das, es kann sogar sein, dass es Anfang gelaufen ist, weil so nach einer halben Stunde habe ich hier in Discord eine Meldung gekriegt, Mikrofon ändern, warum auch immer Ja Vielleicht ist es dadurch dann so, auch in dem Hat sich irgendwas verändert oder so Naja, egal Ja Hätte ich jetzt irgendwie eineinhalb Stunden realistisch COD-Kampagne gespielt, das wäre sad gewesen Das wäre, das wäre sad gewesen, ja Ich finde eh übelst krassen Kampagnen Ja Was hab ich Sion halt, ne Kannst du mal rollen? Ja Ja Also, ich kann auch nochmal, wenn du Bock hast Ja Ja Ist Tana schon wieder Ich glaube schon überwege Ja Wie kannst du ja auch rollen, wenn du bist? Ja, 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 ja Boah Ja 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 Okay Hab ich nix gegen Ja, neue Chance, Alter Ja, neue Chance, Alter Kaliya schon wieder, Alter Ja, schon wieder die Sandra Ich war, hab ich auch schon gespielt Braves Los Oh, der hat Seth Pizza Dann gibt sie dir safe nicht Pizza, Alza Die schwarze Rose soll erneut erblühen Mann, Alter Was? Bis Ey, Bolito Thank you Es geht Wirst du wieder eine Blau geben, oder willst du die spielen? Ey, wieso kann ich eigentlich mit dir nicht switchen? Ja, weil ich gerade am Traden bin Soll ich die Ziegenflogen haben? Ja, ich würde die nehmen Dead Man Walking Dead Man Walking Dead Man Walking Schade, dass hier keine Zigarre mehr im Mund hat Ja, ey, so ruhig das jetzt ändern Danke, danke Ey, das ist so krass, die meisten Leute kommen hier rein und schreiben irgendwie Krasser Bart, yo Ist halt echt so Darf ich den eigentlich echt dir nicht abschneiden lassen, wenn die jetzt wieder aufmachen Ja, klar, Mann Ja, du musst den halt trimmen lassen, aber irgendwann wird der ja schon so, nein So ein Stück würde ich, also so Abschneiden lassen Dass der richtig Kanter hat Und dann kann er wieder wachsen Und dann Wann habe ich den das letzte Mal geschnitten? Gar keine Ahnung Januar, glaube ich Anfang Januar habe ich da mal ein bisschen selbst rumgeschnitten Da ist eigentlich die Krasser Auch irgendwann, Alter Darf ich den der Einen, wie ich weiß Ja, aber worf ich überhaupt nicht? So, ähm, wie heißt das? Eclipse und sowas, glaube ich, ziemlich nice. Eclipse. 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 Leblanc. Eclipse. Eclipse. Finde ich sind immer noch cooler eigentlich. Die ist aber okay. Vor allem die Blue Jungle oder was? Eclipse. 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 Da kommt Nur Durk. Ja. Fass dich. Deine Lüge direkt wieder. Eclipse. Ich hab mein eigenes Leib, ich wollte die Trägen. nein was doch Heiß ihn doch, Alter! Den Deckel auf! Kill ihn! Was hat er eigentlich mit dem Skin da? Das ist auch so ein Naturwaldbewohner irgendwie. Ja, ich bin schon hart. Alter! Das ist immer eine gute Lane, Alter. Der hat gar keinen Bock mehr. Ich würde fünfte Tower gewinnen. Ich würde fünfte Tower gewinnen. Der hat richtig Lust. Oh, da ist er. Ich hole mir den. Wo ist er hin? Vielleicht will der unseren Red Buff oder so holen? Ja, Pfeil, ich bin da. Oh, der geht aufs Tänken oder was an. Ja, ich dachte, die gerade helfen. Mega, mega. Trinken aber auch nix. Wird auch so gelöst. Ja, ich könnte mir jetzt zweitleiteln. Aber uns rollen. Ja, geht auf einmal, Komis! Wo sind wir alle weg? Wie können wir denn auch? Ja, könnte sagen. Ich weiß nicht, sollen wir mal runter gehen? Oder sollen wir trotzdem top weiter gehen, weil sonst ist es ein bisschen räuchig vielleicht. Wenn wir jetzt direkt die anderen Lanes auch alle kaputt machen. Ja, lass mal hierbleiben. Der Hydra müsste aber dann mit jedem von meinen Projektilen trocken, oder? Ja, ich denke schon. Das ist es, ey. Ich bin jetzt in der Bode, Mann. Das ist ein Ding. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist immer die Besten. Ja, Mann. Meeresdrache für uns. Der Halt. Der Halt. Der Halt Das ist echt schon broke, jetzt 10-1, ey. Nein, warte mal. Aber die Jinx rasiert anscheinend auch 10-1. Ja. Geht's dann einfach, wer bringt wen schneller rum? Dominierend. Ja, das fängt schon durch. Hä? Aber die haben schon 2 Drakes gemacht, die Gegner. Ja, irgendwie schon. Ah, ich hab meine Q nicht rausbekommen, also. So? Oh, der ist jetzt aus dem Feld, Alter. Oh, der ist los, ey. Ja, ich wollte die ganze Zeit ultrücken, aber ich war noch mit dem Hut drin. Ja. Okay. Das könnte auch echt eklig werden, das Game, ja. Mit so einer dieser gefielten Jinx. Jinx. Ah, fuck. Oh, man. Ich hab ihn gekriegt. Ich hab ihn gekriegt. Erre? Nein, hold? Erz-Engine-Nein, ja. So viel du schmeckst wieder, wenn du saust und deinemix erz-Engine-Gesicht hast. NEIN! Das Minion, Alter, hat die Person das Leben gerettet. Oh shit, ist schon tot. Ja, aber die ist ja natürlich zu tun. Oh, das ist weg. Ist das für ein Z? Nicht einfach, ich hab... Das hab ich ja sogar nicht gesehen. Drei Sekunden, Drache. Ja. Ja, der... der Thresh ist... Ja, der Thresh ist... Ja, der Thresh ist da, aber... Ja, der Thresh ist da im Boden gemacht. Ja, der Thresh ist da im Boden gemacht. Ja, der Thresh ist da im Boden gemacht. Ja, der Thresh ist da. Ja, der Thresh. Ja. Ja, der Thresh ist da. So stark nun. Die Wehnen können auch nichts machen. Zumindest habe ich gewonnen. Obst du weg vor dir? Ja. Hält ja so viel aus. Oh nein. Nice. Da ist Nuno auch irgendwo. Ja. Ganz oben. Ganz ruhig warten. Ja. Ja. Dragos, Ribos, Regos. Ah. Ja. Ja, mein Dragos. Ja, Alistair Ren, Alter. Ja, oder so. Ja, verliebe ich halt Baron wahrscheinlich. Wenn nicht sogar das Game. Ja. Ich bin jetzt auf J jetzt. Das ist unangenehm. Oh. 5 Sekunden. Ah, das ist so viel. Ich klinge sie wieder die Banken. Ah. Ah, Mann. Ah, Mann. Hey, wir haben halt kein gutes Game heute, Mann. Es ist einfach unmöglich, Alter. Ja, eins geht noch rum. Ja, Mann. Ja. Jetzt war ich wieder. Jetzt habe ich schon wieder den Blau. Alter. was ist denn das dreckslack dass ich wie so viele champions die Inseln werden neu erblüht so Wasabi Kennst du den neuen Orange schon früher? Ja natürlich Who are you? Wasabi Wasa Das war schon Zucker damals Gibt es das noch? Ja bestimmt Wasabi 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 Das war schon Gehst du auch schön voll ab hier oder? Jetzt nicht so komplett full, aber so ein bisschen. Also dann irgendwann auch mal dein Items kaufst. Damm, 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 damm. ... ... ... ... Ah, bittere Böder. Ich habe ihn mit einem Schrauben geholfen, ich habe ihn geholfen. Ja, bei dem es geht sicher auch. Eingriff! Guck mal, wave geht's hier aber auch selbst. Ja. Alter, es ist nervig. Ja, nein. Eingriff! Hehehe. Das ist nervig. Das ist nervig. Eingriff! Ah, der hat schon zwei. Zauber. Ah, als ob meine Goldkarte nicht raus ist, man. Ah, das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh mein Gott, Alter! Hätt ich Leandries schon fertig gehabt, wäre es tot gewesen, oder? Ja, Mann. Ja, Mann. Oh mein Gott, ist das ein Stück weit? Oh, it's up. Nice. Okay, I'm going to go. Nice. 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 ...liegen über den Inseln, wie auch die Leichen der Menschen. Oh, schade, dass die E-Welt da nicht aufrufen hat. Ah, die hat Ignite, man. Äh, Source, nehmt. Ja, aber es ist bestimmt niemand, dass du da in den Busch bist. Oh, es ist... Ach, Alter, ist so offen, Mann, ey. G, G, die Trucks sind einfach reingelaufen, voller Brent da war. Oh, Alter. Oh, hab ich den Trucks 2000 damage schon mal. Ja, GG. Oh, Alter. Ich würde ihn schaden, wenn ich den Räumen öffnen würde. Ja, der ist perfekt hier. Ich würde ihn schaden, wenn ich den Räumen öffnen würde. Oh, das ist perfekt. Oh, der ist perfekt hier. Das war's. Das war's für heute. Hehehe Ich werde Ihnen zeigen, was Sie sehen. Dann haben wir wohl gewonnen, was? Wir sehen uns, ja. Ich habe dich nicht fortbezogen, weil es zu Krieg war. Wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns. 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 Ja, komm mal, Alter. Halt's ab! Ey, hol den doch ganz drauf hier! Ja? Warum muss ich den da jetzt noch mal tun? Nein. Verliebe doch. Alter. Was habt ihr getan, Sterbliche? Die Welt brauche ich nicht verhalten, da platze ich direkt. Naja, ich glaube auch. Ich glaube, die wollen Mitte halt durchfaschen. Sterben wollen sie. Oh, der Sinch ist auch noch weg. Oh, der. Genau, die Welt definitiv. Kommen wir denn zusammen? Ich denke, ich glaube. Ja, der Pompilock hat einfach weg. Kommt da nicht hinterher. Nein, er kiegt. Ja, lass es sein. Ah, ich hätte fast gefehlt, dann wäre er ja nicht weggerannt. Was? Oh, der das leak ist. Ich nicht eh. Wie, wie würde ich eigentlich gehen? Wieso? Außer Fenster. Ältere drige sind 20 Minuten. Wo hab ich denn meinen Spursling? Okay, das Regressor ist schön zu helfen. Ich denke, wir können uns nicht mehr aufhören. Nice! Ja, da können wir noch durchgehen. Dann dauern wir noch mal 10 Sekunden, oder? Soll ich sie durchgehen? Ähm, egal. Ich bin da, glaub ich, durch. Du sitzt alleine, Alter. Ja, die Finish einfach. Ach du, aber wir haben keinen Power mehr, oder was? Nee, nee, das haben wir ja vorhin schon gemacht. Ja, gegeben, okay? Soll ich gehen? Heute mal ein bisschen chaotische Lullrunden gewesen. Ja, mach ne. Echt so, ey. Und, ja. Bis zum nächsten Mal.